In diesem Video werden die größten Skelette der Geschichte gezeigt, okay, so eine Katze, ja, schon ziemlich hässliches Skelett, ganz ehrlich, was ein Armadelo, der sieht gefühlt aus wie er noch leben würde, ja moin, okay, ein Mensch, der sieht irgendwie noch cool aus, so ein Skelett von einem Menschen, okay, äh, ein Goat, okay, Roger Federer ist auch da, ein Hund, ein Cheetah, hier ist ein Mensch, okay, sehr nice, ein Lama, ja, eigentlich sehen die meisten Skelette natürlich ähnlich aus, ähm, ich hab mir aber tatsächlich noch nie etwas gebrochen, keine Ahnung, warum ich darauf komme, wahrscheinlich einfach wegen den Knochen, weil ich so viele Knochen sehe, okay, ein Polarbeer, ein Bison und jetzt, eine Giraffe ist auch krass, sieht aus schon ein bisschen wie so, wie so ein Dino, jetzt kommen wahrscheinlich nur noch Dinos oder Tiere, die ausgestorben sind, okay, wahrscheinlich gibt's hier Dino-Experten und euch, die das kennen, Mammut, ich hätte so gerne mal Mammut gesehen in meinem Leben, T-Rex, Spinosaurus und Blauwal.